und damit ein herzliches willkommen zurück zu creatives und die sonne geht glaube ich gerade auf hervorragend so wir haben ja in der letzten folge schon mal wie man hier sehen kann wow uns richtig 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 coole rüstungsteile gebaut so jetzt würde ich gern im bett haben wir auch schon uns gecraftet ich würde jetzt ganz gerne mal gucken dass wir vielleicht schwupp die du mal schauen dass wir sommer den hier woodwalls sehr gut dass wir vielleicht das fehlende teil bekommen um uns jetzt ruckelt es hier rum was soll das das fehlende teil bekommen um uns endlich mal ein steinschwert bauen zu können im moment weiß ich noch nicht wo wir das finden sollen deswegen werden wir hier einfach mal auf die suche gehen irgendwie wenn wir so leder pilze pilz haben wir erstmal genug so wir gehen jetzt erstmal auf die suche weil irgendwie müssen wir dieses teil ja fangen ich will oder jagen was uns fehlt für das steinschwert ich bin da noch nicht schlauer geworden aber okay wir werden das probieren es ist natürlich immer schwierig wenn man hier in so einer aufnahme das alles austesten muss und nicht unbedingt die zeit hat jetzt gucken wir noch mal was der mit den kollegen wenn wir den jetzt ein paar vor den dassel hauen bing bong jawoll ja 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 da ist es sinnhilfe genau so wir haben es warte wir haben es so jetzt müssen wir eben gucken wo haben wir denn unseren schwubli wupp die nehmen wir jetzt mal am besten hier rein so ach nee den brauchen wir dafür ja gar nicht ach wir deppen ach wir brauchen dafür eigentlich nur den crafting table so den setzen wir zwar nicht eben hier hin sondern hier unten ist irgendwie einer oder wie ok so jetzt müssten wir uns eigentlich eins von drei ach so wir brauchen drei stück davon hahaha alter drei stück wir haben jetzt eins okay dann müssen wir gucken dann von den kleinen die so quirlig aussehen die müssen wir uns dann holen wo uns dann letztendlich ein steinschwert machen zu können ok das kriegen wir glaube ich irgendwie hin da ist noch einer lalalalalala lalalalalala ok take all zwei davon jetzt müssen wir gucken wo ist nummer drei jetzt brauchen wir noch so einen und jetzt hapert es natürlich wieder lach ich mich kaputt ne ich lach mich kaputt jetzt fehlt uns einer von den kleinen futzipus hier die wir natürlich nicht kriegen dann haue ich dir ein paar vom kopf ok so das können wir ja auch gut brauchen ja es ist natürlich jetzt ist es jetzt boah das ärgert mich ja schon wieder jetzt fehlt uns ein so ein kleiner futzi und ich weiß nicht genau wo wir den finden können aber wir werden jetzt einfach mal suchen auf jeden fall scheint die sonne es ist nicht dunkel tja aber hier ist keiner von den kollegen hier hinten vielleicht jetzt müssen wir suchen bis wir so ein zum ochne kinos aber die musik ist schön lalalala wir gucken mal der muss ja auch irgendwo muss auch hier einer sein er soll doch jetzt nicht an einem teilchen hier scheitern oder das gibt es doch gar nicht doch es scheitert an einem wir können jetzt natürlich schön hier die welt erkunden wo äh nee ich wollte jetzt nicht hier reingehen ok dann gehen wir hier wieder raus super ach da hinten ist einer seht ihr das da ist er ich komme mein freund lauf nicht weg lauf nicht weg ich komme du 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 und damit hätten wir ja jawoll wir hätten damit glaube ich unser das sind die liefs ja cool damit hätten wir dann unser steinschwert fertig jetzt gucken wir mal da hinten ist auch noch irgendwie was wo bauen wir am schönsten wäre es ja wenn wir irgendwo bauen könnten wo auch viel holz ist weil wir werden ja ganze menge holz brauchen aber jetzt machen wir uns erstmal schnell ein steinschwert so schwupp und 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 jetzt machen wir das jawoll ja oh was haben wir hier obsidian sword geil ok das können wir natürlich jetzt nicht kraften unbedingt was haben wir denn hier noch schönes bomben können wir bauen und ne achso das ist alles hier unten ne tür könnten wir uns auch fast bauen wenn wir dings hätten aber nicht warum haben wir denn jetzt kein steinschwert also wir müssen das ok haben wir wow geiles timer wollen wir gleich mal gucken wie stark ist das denn auch nicht schlecht ah sinne haben wir dafür auch bekommen wow ok dann werden wir hier jetzt mal alles wegsemmeln und gucken mal wo wir denn hier unsere unser erstes häuschen bauen das sieht ja alles gar nicht mal so übel aus aber hier sind ja nicht viele bäume dementsprechend ist das ziemlich kacke hier zu bauen so wir werden jetzt glaube ich mal die welt ein bisschen hier erkunden so da werden wir was ist das wow coole monster ne die werden wir nicht angreifen das haben wir beim letzten mal schon gesehen das macht nicht wirklich Sinn da sind irgendwelche steinmonster nicht übel so wo sind wir oh wir sind hier irgendwie in den canyons cool wow ne den lassen wir lieber mal in Ruhe sonst sterben wir hinterher noch ok gucken wir mal wie wir hier am besten irgendwie rüberkommen boah wie geil ist das denn hier wo wupp ja stark voll die canyons ja das sieht ja richtig cool aus aber ok hier will ich jetzt noch nicht da oben sind ganz viele bäume wir werden jetzt mal gucken dass wir hier irgendwo was finden wo wir dann so das erste mal was bauen können was ist das denn ok und die welt ein bisschen erkunden weil so viel hab ich ja noch nicht von der welt hier gesehen oder wie generell. Und da es ja auch ein Open-World-Spiel ist und der nicht ganz so schnell schwimmt, dauert es wahrscheinlich noch tagelang, bis wir hier mal fertig sind. Komm, Schätzelein. Dann gucken wir jetzt mal, wie weit wir hier sind. So, das sieht doch... Wow. 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 Geil. Alter, das sieht ja richtig cool hier aus. Das gefällt es mich. Müssen wir nur mal gucken, wie wir hier jetzt am besten hier irgendwie drüber kommen. Halt! Nein, 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 nein. Das lassen wir. Wow, weg hier. Oh, shit, fuck. Nein, 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 nein. Wir werden sterben, wir werden sterben. Ich will noch nicht sterben. Wow. Geile Kiste. So, wir müssen irgendwie da rüber. Wow. Ne, das passt nicht. Wir müssen irgendwie da rüber. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Oh, scheiße, da ist der Kollege wieder. Wo haben wir denn hier unsere Erde? Da ist die Erde. Okay. Zaka. Zaka. So, das sieht doch schon mal ganz... Uah. Der springt immer so weit, der Kollege. So, dann sind wir schon mal hier. So weit wie möglich. Äh, nee. Wir gucken mal, dass wir hier jetzt... Okay, das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch... So, bang, bang. So, dann können wir hier weiter hochgehen. Ding. Okay. Weiter geht es hier leider nicht. So, das siehst du, wir sind erst mal wieder oben drauf. Da hinten geht es... Oh, da sind Kisten. Also, die Truhe hätte ich ja jetzt mal ganz gern. So, wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir werden hier mal eben ein bisschen abbauen. So, schwupp. Und dann bauen wir uns hier am besten um die Ecke. Okay, dann ziehen wir das mal eben weg. Wupp. Wo ist denn die Kiste? So, oh, das sieht... Also hier diese Dinger, die sind voll geil. Also das finde ich ja mal richtig cool gemacht. Mit den Canyons, aber... So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier drankommen. Ohne, dass wir sterben. So, geschafft. Oh, cool. Das hat sie... Mhm. Gunpowder. Yellow Flower. Okay, wir nehmen mal alles. Oh, da hinten rüber müssten wir. So, dann werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie rüberkommen. Oh, 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 oh. Ja, das ist grünes Land, schön. Da sind dann noch, äh, getretenes Gewumsen. Ja, okay, hier könnten wir vielleicht runter. Müssen wir nur aufpassen. Oh, 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 oh. So, von der Steuerung ist das teilweise ein bisschen doof hier. Aber nun gut, wir werden hier irgendwie runterkommen. Nein, nein, nein. Oh nein, nein. Wir sind abgestürzt. Es war zu tief. Ja, das war toll. Das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Super. Nee, super. Also, da ist die Steuerung ein wenig, äh, ja. Don't let pixie use the teleporter. Ja, den wollte ich jetzt auch nicht, äh, benutzen. Aber nun gut. Äh, ja, war irgendwie dumm gelaufen. Wir sind wieder im Tal. Ganz großes Kino. Also, wir bleiben lässer aus den Canyons raus. Das kommt da nicht so gut. Da müssen wir gucken. Also, ich hätte gern was mit mehr Wald. Damit wir auf jeden Fall genügend Ressourcen haben, um dann was bauen zu können. Weil das ist alles ein bisschen sehr mager hier. Da hinten sind wieder die Berge. Naja, dann gucken wir mal. Also, wir sind hier ja auch irgendwie hingekommen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas Neues finden, wo wir dann letztendlich bauen könnten. Schlecht wäre es ja nicht. Ah, in der Schneewelt. Ja, wir sind doch durch die Schneewelt gekommen, oder nicht? Ich meine schon, ne? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal jetzt einfach. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Reise. So, zacka. Irgendwas werden wir hier schon finden. Okay, hier wollte ich jetzt, im Schnee wollte ich jetzt nicht wirklich bauen. Das ist zwar auch eine ganz feine Kiste, aber ist nicht so wirklich meins. Finde ich sehr, sehr trist. Nichts Grünes und so, das ist nicht so schön. Ne, die Kollegen lassen wir mal schön in Ruhe. Aber wir ziehen mal besser unser Schwert. Wow. So, dem können wir ein paar vom Kopf hauen. So, dann nehmen wir uns die Sachen wieder mit. Weil das kann man ja irgendwie immer gebrauchen. Craften brauchen wir jetzt nicht. Wow, geil. Also das mit dem Schnee ist ja auch cool gemacht. Sehr schön. Aber das ist mir zu kalt hier. Ist kalt. Okay, ich glaube, dass gleich die Sonne untergehen wird. Und dann müssen wir unser Bett erstmal aufbauen. Jetzt geht auch mal der Hochkollege, komm. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist das richtig cool gemacht. Sollen wir es wagen, mal so einen Vogel anzugreifen? Ich glaube zwar nicht, dass wir eine Chance haben. Alter, was sind die stark. Oh geil, wir haben ihn gekriegt. Ja, wir haben ihn gekriegt. Ja, super. Blizzard. Super. Wir haben ihn gekriegt. Okay. Sollten wir jetzt nur nicht zur Regelmäßigkeit machen. Das war nicht schlecht. Wir werden jetzt erstmal hier durch den Schnee abhauen. Ohne diese Kackvögel anzugreifen. Wow, hier ist mal Wald. Und das jetzt alles in grün, dann wäre ich glücklich. Was ist denn das hier? So, jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn da eingesammelt? Äh, Inventoddy? Stone. Was ist denn das? Edelwut. Okay, wir werden mal hier Edelwut mäßig weiter wandern. Und gucken, dass wir hier rauskommen. Also wenn alles so groß wäre, wie die Schneelandschaft, dann wäre ich ja schon mal glücklich. Das ist jetzt alles schön in grün. So, mit Farben. Also mit, ja, schön mit Farben. Das wäre super. Das ist ja ein Riesengebiet hier. Dieses Schnee getreten. Und wow. Wow. Hammermäßig. Wir erfrieren. Wir müssen, glaube ich, hier raus. Dadadada. Okay, wir werden mal gucken, dass wir hier rauskommen. Auf jeden Fall haben wir wieder ordentlich was eingesammelt. Auch wenn wir gestorben sind. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in diesem Spiel noch häufiger passieren. Ist auch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rauskommen. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, ja. Wow, wow. Okay, hier ist Rün. Und hier ist eine Kiste. Gekauft. Cold Gun Powder Metal Max. Supi. So, jetzt müssen wir erstmal hier runtergehen. Und unser Bett hier hinstellen. So, schwupp. Sleeping. Yes. Und, 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 und. Äh, super. Sleeping. Und. Ding Dong. You awaken. Super. So, jetzt sehen wir das Bett wieder mit. Prima. Ich weiß zwar noch nicht. Ja, wir sind in der Taiga. Okay. Auch nicht schlecht. Das heißt, auf jeden Fall, hier sind jede Menge Bäume. Ja, das sieht cool aus hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? So Taiga-mäßig. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was bauen können. Das finde ich schon ganz nett. Wow. Wow. Oh, oh, warte mal. Ist das nicht das, was wir uns noch fehlt? Dieser Bienenwachs. Den brauchen wir doch noch irgendwie. Bing. Jawohl. Bienenwachs. Bienenwachs. Warte, warte, warte. Müssen wir mehr mitnehmen. So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, da kommen wir jetzt nicht wirklich dran, aber das reicht dann auch erst mal. Geil, wir haben Bienenwachs. So, das hieße, wir könnten uns das nächste bauen. So, dann haben wir hier Wasser. Ja, das sieht ja wohl mal stark aus. Ja, das ist ja wohl mal stark aus. Jetzt sagen wir, das ist ja wohl malentwiert. Jetzt sagen wir, das Ganze. Ich weiß nicht, bitte nicht, dass ich sage zu bringen. Vielen Dank.